Hi, wir sind hier beim Sportsnet-Stand, beim Distributeur von 100% und geben euch einen kurzen Überblick über die Highlights für 2017. Komplett neu gibt es von 100% zwei Sportbrillen, die Speed KP, sieht man hier, eine Top-Sportbrille mit Dallos-Linse, kummierten Bügeln, erhältlich in Standard-Lens und Short-Lens-Variante, verspiegelt und unverspiegelt, 179 Euro und 159 Euro. Nächste Neuheit ist das Modell Type S, eine Lifestyle-Brille mit voller Funktion, auch mit der neuen Dallos-Linse, sehr hochwertiges Glas für denjenigen, der auf Lifestyle setzt und trotzdem Top-Funktion einer Sportbrille möchte. Preispunkt liegt bei 119 Euro, genau. Bereits bekannt, das Modell Speedcraft. Hier sind wir bei 189 Euro, der Preis ging um 10 Euro runter für die verspiegelte Variante. Neu sind die zahlreichen Farbdesigns von Neongelb über dezentes Grau-Schwarz. Weiter geht's mit dem Aircraft Fullface Helm von 100%. Wurde letztes Jahr vorgestellt, für 2017 gibt's den Helm mit MIPS. Äußerlich ist er unverändert, man sieht ihm die Änderung nicht an, innerlich komplett neu. Preispunkt 519 Euro, erhältlich in sechs Farbdesigns. Komplett neu für 2017 ist die Bekleidungsrange von 100%. Es gibt drei Kollektionen, hier zu sehen die Kollektion für den Trail- und Tourenfahrer. Super leichtes Material, ultra leichte Hose mit 168 Gramm, mit Druckknopf, mit Innenhose, laminierte Belüftungsöffnungen und das Jersey auch mit technischen Features. Genau, 69,90 und 169 Euro. Erhältlich in zahlreichen Farbvarianten, hier die eher klassische Geschichte. Wer es etwas farbiger möchte, hat 100% typisch die absolute Auswahl. Es geht vom Blau über Türkis, sind zu Neongelb. Für den All-Mountain- und Enduro-Fahrer gibt es die Airmatic Series. Hier gibt es Jerseys mit Dreiviertel- oder Kurzarm, erhältlich in zahlreichen Farbvarianten, Mesh Liner, legerer Schnitt, sodass auch ein Protektor drunter passt. Die Hose aus robusterem Material wiegt ungefähr 270 Gramm. Robuster Reißverschluss, seamless Klettverschluss, um es anzupassen. Mesh Material 129 Euro, hier in Orange. Gibt es aber auch in dezenterer Optik, für die, die es gerne schwarz möchten oder zum Beispiel dunkelblau. Als dritten Teil präsentiert 100% noch die Kollektion für den Downhiller. Die Serie heißt Arcore. Langarm-Jersey, Pants und eine Shorts ist da erhältlich. Auch hier zahlreiche technische Features, super robust, super stylisch. Uns gefällt das Programm, ich hoffe euch auch. Wir sehen uns, ciao.